Hallihallo und willkommen zu einem neuen ARK Video. Hier beim letzten Mal haben wir eine Base aufgekloppt, mal mit einer ganz anderen Taktik, mit Granaten von oben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt gerne die Playlist und schaut auch die anderen Videos an. Heute geht's weiter, wir suchen Butzen auf. Ragnarok. Guck mal, hoffentlich ist er jetzt nicht 15 Minuten... 13. Keinen Timer hab ich. Ich auch nicht. Na dann. Ragnarok. Ja, wie kann das sein? Muss ja gerade gewesen sein. Im Porten wahrscheinlich, sondern... Don't kill please. Oh, da weißt du schon wieder was da los ist, ne? Hier ist ein Spieler von mir. Ach, mit dem Schild, das bist du, ne? Ne, ich an. Schild hab ich ja. Hi. Ach, hi. Du siehst aber auch gar nichts. Ach, hat jemand schon einen Tribe? Ich nicht, du. Ne, ich auch nicht. Okay. Sabertub hinter dir. Schieß ihn doch. Great, oder? Hinter der Port, oder? Ja, da ist gar nichts drauf, glaube ich. Ne. Das ist ein Steinfundament. Das ist ein Raft, das ist auch offen. Ich wollte am Strand mal gucken. Das ist lieber, warum geht immer tierisch auf den Keks. Und Stamina-Problem. Ähm. Hier sind so typische Anfängerbuden am Strand. Aus Holz, aber da ist alles offen. Hier ist eine 1x1 aus Holz, aber die ist zu. Das ist bestimmt ein tolles Bett drin, oder was? Hier ist alles offen. Das Ding ist komplett leer. Da ist nicht mal ein Bett drin. Immer so negativ. Wenn man drei geschlossen findet, wir sind gerade mal im Vordel rum. Noch nicht mal die Hälfte. So, ich schon. Okay, ich nicht. Oh, hier ist eine Base. Hier waren Turrets. Und zwei Indie-Forges am Strand. Die Turrets sind außen, hinten ist offen. Oh, das war ein Raft. Alter, hier hatten jemanden einen Raft geboren. Wurde es mit zwei Indie-Forges drauf. So ist Montag. PvP Number One. Naja, jetzt nicht mehr. Zwei. Normal Turrets. Und sogar am Grill und alles. Die müssen da schon ein bisschen Zeit reinvestiert haben, ne? Oder alles aufgeschehen ist jetzt gefunden. Hier wohne ich auf BGG. Oh, ein 140er-Mehl-Alo, ein Knallrot. Uff, sieht der Girl aus. Da ist ja nichts mit Tamern dabei. Ja. Das wäre auch was für, ich stehe mal vor, auf Island mit Alos rumlaufen. Mhm. Die sind schön schnell. Mit Rube-Buff und Bleeding-Damage. Ja. Mach mal. Alo-Bande. Drei Alos. Genau. Das wäre schon... Sie haben Fett vergessen! Fett. Hallo, Gang. Mhm. Ich hab auch bei Kay geradet. Uff, ne blaue Vivorn. Ist ne Vivorn bei mir? Aber die sieht ziemlich am Arsch aus. Mhm. Was hat die für ein Level? Mhm. Die ist übelblutig. 199 nur. Guck mal an die Höhle dort, wo wir ähm geradet haben. Den Wasserfall. Ja. Ne 200er Crystal Vivorn. Mhm. Also 199, aber die blutet wie Sau. Der will mich grabben. An sich, wenn du da wärst, würde ich mich sogar grabben lassen. Der muss runter, der muss runter und ich bin noch voll Stump. Mhm. Das war irgendwann Highlands neu. Ja. Uff, da ist auch ein Mana. Ein roter Mana. Ja, der will nämlich zum roten Mana locken. Die hier oben in den Highlands. Die hellgrüne Vivorn würden wir easy kriegen. Aber den roten Mana, ich glaub nicht. Den in dem Level konnte ich jetzt halt nicht gucken. Aber den kriegen wir wahrscheinlich ja nicht. Aber die Vivorn ist abgezogen. Da unten läuft ein Spieler, glaub ich. Also entweder das ist ein Vieh oder ein Spieler. Das ist ein Spieler. Der will sich den Piet holen. Der hier oben, der fliegt. Ja, seh ich. Du kriegst ja nicht angezündertes Mistfeed. Wie guckt er es dir an, ne? Nö. Bleib du hinten dran. Ich nehm Stamina. Ich versuch den abzuschießen. Ah, das war ich selbst. Okay. Bist du auch dran? Ja. Wo ist der hin? Gelandet. Er ist unten weg. Rechts. Ja, ich seh ihn. Ja. Wenn du Stamina landen musst, jetzt wär der Moment. Mach ich. Ich hab ihn nochmal angezündet, zweimal jetzt. Ich hab ihn nochmal angezündet, das dritte Mal. Er läuft, er läuft unter dir, unter dir. Ja, ich seh's, ich seh's. Nice, Spieler trug. Er ist tot, ja. Cora. Flak an, Crossbow. Ah, den hab ich gesehen. Das freu ich mich. Nice. Wann ist er bloat? Zwei Minuten. Oh, da oben ist die Wibbern. Hier oben ist die Wibbern. Hoch, 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 hoch. Ja, gut. Das ist die. Ja. Der hat einen unten dran hängen. Ich seh's. Ich kill den erst mal. Nein? Ich kill auf die Wibbern. Giga gepoppt. Okay, der Typ hier ist auf jeden Fall tot. Als ob der den Giga jetzt rausgehauen hat. Das gibt's doch nicht. Ja. Und der Pocke-Tiger. Ja. Ich herstell mal vor, wir hätten den gekillt. Hey, hey, guys, 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 guys. Der ist zwölf, Digga. Oh, ja. What's up? Hallo, 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 hallo. Don't kill me, please. Jajaja, der wird uns auch killen, wenn er die Möglichkeit hat. Bleib dran, ich nehm zusammen. Das ist der beste Tag. Wir müssen die Giga und wir won't kill you. Huh? Was? Wir müssen die Giga und wir won't kill you. So, wo er langsam zusammen? Ja, das ist ja eine Chance. Er geht auch auf Angriff auf mich. Ja. Ja. Wollen wir jetzt? Du mischst die einfach ein wenig her. Ich versuch den zu grabben. Aber der hat Dinger dran. Hat Flügel. Vor allen Dingen, also wir sind made up. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Geil, sehr gut. Warte, lass ihn dran, lass ihn dran. Ich zünde ihn an. Ja. Schießt der auf dich oder so? Nee. Da hab ich genau drauf gewesen. Und... Ich... Ich... Ich treff den nicht. Warte kurz, ich mach's anders. Du hast mich trocken. Ich hab noch gar nicht geschossen. Jetzt. Ach nee, älte Drunkplatz. Er will meine Wimpern auslocken. Ich treffe es nicht. Ich kann ihn nicht treffen. Nee, es geht nicht. Ah ah. Ich muss den loslassen. Aber dann fällt er genau auf den Giga. Also... Nicht hier. Gut. Nee. Ich hab ihn angezündet. Ich hab den angezündet. Ich hab ihn tot. Er ist tot. Was? Hab ich den Auto gelootet? Ja, ich hab ne Kryo-Kapsel. Die hatte ich vorher nicht. Er hat den Negatärum getötet. Äh... Ist das passiv das Zeug? Nee, der Giga nicht. Doch. Er ist passiv. Das wird vor auf mich loskommen. Nee. Was ist das für ein Level? 2,17. Ey, lass ihn draus aufs Meer kiten. Aufs Meer. Aufs Meer. Aufs Meer. Aufs Meer. Schwimmt der? Kommt doch kurz am Fels inzwischen. Ich bin so schwer, weil ich die ganze Zeit... ...leute gekillt hab. Oh ja, jetzt... Er kommt hinterher. Ja. Also der Cramp war nice. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Sehr gut. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Es war sehr gut. Der. Du triffst ihn nicht in diesem Scheißstrahl. Leute. Hier geht tauchen. Oh fuck, meine Stamm ist so gut wie leer. Meine auch, ja. Ich land mal an Land. Soll ich genug Zeit haben? Ja. Der Typ ist hier wieder? Ja. Nackt. Da rennt ja rum und sucht seine Viehzeuger, ne? Nö. Ich kill den jetzt gleich nochmal, als er nochmal einen Timeout kriegt. Da vorne ist eine Wirbern. Die Wirbern ist wieder da. Die Blaue, die steht hier noch. Stimmt, die haben wir vergessen. Hab ihn nochmal gekillt. Nice. Wo ist die Wirbern? Ja, dort wo wir sie haben stehen lassen. Ja, ich hab dermaßen viel Zeug dabei. Ich hab dieses Eis raus. 1000 Ghillie-Teile und so. Die haben alle Ghillie angehabt. Nö. Ja. Jetzt werden wir auf die Wirbern, dann den Rest. Der hinter uns kommt. Tot. Nice. Wirbern tot. Nice. Die muss irgendwas. Die muss irgendwas im Info haben. 12 Level-Ups. 1800. Ja. Stimmt. Ja. 1900 hab ich jetzt. Tja, ist er aber schuld? Ich hoffe, dass das was heute ist. Der hat uns angegriffen. Also, der hat mich jetzt das zweite Mal angegriffen, sondern wir waren ja beim ersten Mal ja auch schon. Please, don't kill Giga. Ja, machen wir nicht. Guys, please, don't kill Giga. Ach gut, ist das wieder der? No, we won't kill him. No, 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 we won't kill him. It's okay. You can go. You kill Giga? No, we kill Giga not. Bye bye. Guys, don't kill my Giga. No, we don't kill him. Just catch him. He's still there. Okay, thanks. Thank you guys. No problem. Arschloch. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, denkt dran, Like und Abo nicht vergessen. Mit Lichtgeschwindigkeit geht jetzt auch direkt das nächste Video. Bis dahin, alles Gute für euch. Mach. х h H h h Untertitelung des ZDF, 2020